So, Mann, was geht ab und John ist am Start zu einem... Oh, die Waffe leuchtet, haben sie die gepatcht? Ach, du ahnst es nicht. Die sieht ja jetzt krasse aus, als auf dem... Ohohoho, John ist back. Auf dem Vorschaubild. Bro, das kann nicht wahr sein, das habe ich jetzt... Damit habe ich nicht gerechnet. Herzlich willkommen zu einem neuen neuen Video. Wir spielen Call of Duty in 2020 und wollen uns mit dem Thema beschäftigen, was passiert mit Call of Duty in 2022. Was passiert mit Wars und was passiert aber auch mit dem neuen Multiplayer, der höchstwahrscheinlich auch wieder dieses Jahr rauskommen wird. Ihr wisst Bescheid, jedes Jahr kommt ein neuer Call of Duty Teil raus, was ja auch immer wieder doch kritisiert wird, da die Spiele teilweise... Nicht nur teilweise, ich würde schon fast sagen, eigentlich immer, oh Gott, oh nein, lauft schon, unfertig auf den Markt kommen. Aber ihr fragt euch sicherlich, was passiert denn jetzt? Wie lange will ich brennen? Ja, Moment, wahrscheinlich. Neuer Wackenspiel. Ah, alles klar, Digga. Ich mache jetzt eine Nuklear, während ich brenne. Hallo! Was passiert dieses Jahr mit... Call of Duty? Oh, das ist ja... Hey, ich sehe ja nicht! Wir bleiben erstmal aktuell... Wir bleiben erstmal aktuell in den jetzigen Releases, nämlich Wars und Caldera, aka Wars und Pacific und Call of Duty Vanguard. Ihr könnt es vielleicht nicht glauben, aber Call of Duty Vanguard ist jetzt schon über drei Monate draußen und Call of Duty Vanguard interessiert mittlerweile eigentlich gar keinen mehr. Es hat schon zu Release nicht so viele interessiert. Ich glaube, minus 40 Prozent an Verkäufen. Ah, zu viele als die letzten Call of Duty Jahre. Aber jetzt sind wir wirklich spätestens an einem Punkt angekommen, wo Vanguard eigentlich keinen mehr interessiert. Und ich habe auch das Gefühl, dass sich die Entwickler, nämlich Sledgehammer Games und auch Treyarch, die ja Zombies gemacht haben, beziehungsweise Zombies völlig in den Sand gesetzt haben dieses Jahr, sich nicht mehr für das Spiel interessiert. Ihr wisst es, ihr hasst es, wenn ich sage, es hatte viel Potenzial. Ich kriege einen fucking Nervzusammenbruch, wenn ich das noch einmal sage, diesen Satz. Aber! Es hatte Potenzial, wurde aber nicht so Dölle ausgenutzt. Obwohl jetzt die Runde gerade schon sehr Spaß macht, muss ich sagen. Das ist gerade schon sehr lecker. Mal toter Briefkasten an. Vielleicht können wir uns ja mal so ein Orbi wenigstens erschummeln. Ein B40 ist halt auch einfach Bro. Hey! Erbombi mich! Oh! Aber wir leben noch bis in Off-Streak. Pot! Wir werden nicer spawnen. Dies entsprechend, dementsprechend in Call of Duty Vanguard noch die paar Seasons bekommen. Wahrscheinlich noch vier Seasons oder sowas. Wir haben jetzt die erste Mid-Season-Update kam gestern. Ich weiß zwar nicht, was so wirklich mit dem Mid-Season-Update gestern kam. Eine neue Waffe kam auf jeden Fall. Dementsprechend, ihr kennt es, noch ein paar DLC-Maps, paar DLC-Waffen, Season-Battle-Pässe. Oh! Digger! Jetzt geht es aber hier ab! Werden wir noch für Call of Duty Vanguard bekommen. Und! Hoffentlich! Vielleicht ja noch! Vor dem nächsten Call of Duty den Liga-Modus. Der Liga-Modus, da haben wir jetzt das allererste Mal eine Information, eine offizielle Information seit dem Release von Sledgehammer Games bekommen, was genau jetzt mit Liga passieren wird. Und da kam diese Nachricht, die ich euch jetzt mal einblende, die Cem bei uns in die WhatsApp-Gruppe geschickt hat. Denn, wie ihr wisst, ich freue mich sehr auf Liga. Die Nachricht, die wir da jetzt aber ganz unten lesen, den letzten Satz. We'll be sharing more on this topic in the coming weeks. Sie, falls ihr es nicht gelesen habt oder kein Englisch könnt, sie schreiben, yo, wir haben das mitbekommen, ihr feiert alle extrem den Liga-Modus Competitive in Call of Duty. Das zeichnet unter anderem gewisser Anweis auch Call of Duty aus. Aber, obwohl wir das wissen und auch eigentlich eine Call of Duty-Liga haben, wo es um sehr viel Preisgeld geht und sehr viele Sponsoren am Start sind, haben wir uns um Competitive dieses Jahr noch nicht so wirklich gekümmert. Den Liga-Modus dementsprechend noch nicht rausgehauen. Apropos, kleiner Funfact an der Seite, während ich hier wieder das ganze Game brenne. Die Competitive-Szene ist auch komplett am Boden. Natured und alle schreiben darüber, denn es gab bisher noch kein offizielles Turnier zu Call of Duty Vanguard und ich glaube, soweit ich das jetzt verstanden habe, darf man auch Call of Duty Competitive Turniere aktuell nicht streamen. Multiplayer Competitive, also hier S&D-Stellung. Ich weiß nicht, ob das komplette Fake News ist, lasst es mal in den Kommentaren wissen, aber irgendwelche Verträge wurden da wahrscheinlich anscheinend unterschrieben, weshalb die Competitive-Szene durchdreht. Vollkommen gaga, was sich Activision sich dabei wieder gedacht hat. Und den Liga-Modus, wenn ihr die Informationen hört, dass sie uns mehr Informationen geben in den nächsten Wochen, dann können es zwei Wochen, vier Wochen, aber auch acht Wochen sein. Und wenn wir in acht Wochen Informationen bekommen, dann bekommen wir Liga nicht vor drei Monaten. Und dann wird es im besten Fall der gleiche Kack-Liga-Modus sein, wie schon zu Black Ops 4, zu Cold War Zeiten und dann haben wir davon auch nichts. Das erst mal so zum Call of Duty Vanguard-Multiplayer im Jahre 2022. Caldera wird sicherlich auch natürlich wie auch Vanguard, ihr wisst Bescheid, das ganze Call of Duty-Universum funktioniert mittlerweile ein nicer Clickscope und sieht mittlerweile ja total innig, dass auch der Battle Pass und die Waffen natürlich weiterhin zu Caldera kommen werden. Sicherlich werden wieder einige Patches behoben mit der Inklusivität, dass neue, viel schlimmere Unglücke, Glitches, Bugs zum Spielen zukommen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, es gab, oh, es gab einen unsichtbaren Skin in Warzone, wo man nur dann den Kopf gesehen hat. Der wurde dann rausgepatcht, gleichzeitig gab es dann auch mit dem Patch, ich meine, sechs unsichtbare Skins, was ich auf Twitter und Instagram gelesen habe. Ich habe mir Caldera ehrlich gesagt nicht angetan die letzten zwei Tage, weshalb ich diese Informationen nur von Twitter habe, aber die Warzone Bubble, die ja eigentlich die letzten ein, zwei Jahre sehr, ja, bevorzugt wurde von Call of Duty und sehr viel Spaß hatte an Warzone, eine komplett neue Szene ist ja gefühlt geboren worden mit Warzone, denn es gibt so viele neue Call of Duty-Spieler, die eigentlich keine Call of Duty-Spieler sind, weil sie teilweise nichts mit dem Multiplayer zu tun haben, aber halt durch Warzone in die Verbindung gekommen sind. Warzone-Szene ist am Boden, alles ist falsch, Karlsruhe hat ein 40-minütiges Video gemacht, ihr wisst, der absolute Meister von Warzone hat ein 40-minütiges Video gemacht, wo er über die aktuelle Situation redet und seine Meinung mal zu dem ganzen Theater abgibt. Krampus war ja auch irgendwie vollkommen nervig, das habe ich auch nur ein bisschen mitbekommen, zum Glück nicht Vollzeit, weil ich ja auch wegen meines PCs jetzt nicht so viel gezockt hatte, weil er kaputt war, ihr habt das ja alle mitbekommen. Der Krampus war aber auch für meine Woche, die ich damit zu tun hatte, ein absoluter Vollkrampf. Also, mal schauen, was mit Wars und Caldera noch so dieses Jahr passiert. Da wird es sicherlich einige Abwärts, wie gesagt, geben, neue Waffen und so weiter und so fort. Kommen wir nun aber zur eigentlich wahrscheinlich interessantesten Ankündigung. Das ist nichts Offizielles, das sind nur Leaks beziehungsweise Gerüchte, denn, aua, ein neues Call of Duty soll dieses Jahr obviers rauskommen und das soll den Namen Call of Duty Modern Warfare 2 beinhalten. Call of Duty Modern Warfare 2 2022. Wir haben 2019 Call of Duty Modern Warfare bekommen, nachdem wir, ja, Call of Duty COD 4 vor ewigen Jahren bekommen haben, was Modern Warfare 1 quasi war. Dann haben wir Modern Warfare 2 bekommen, Modern Warfare 3 bekommen, Modern Warfare Remastered mit Infinite Warfare und dann 2019 Modern Warfare nochmal. Also, das war schon Chaos und weil Modern Warfare 2019 so ein Erfolg war, so viele OGs zurückgeholt hat, dachte sich Activision, komm, scheiß drauf, wir machen noch einen Teil. Wir machen jetzt einfach vom neuen, aktuellen Modern Warfare Universum eine Fortsetzung und somit den zweiten Teil. Das ist, wie gesagt, nur ein Gerücht, es gibt noch nichts Offizielles dazu, aber Punkt 1 macht Sinn, denn Modern Warfare 2019 war erfolgreich, hat sehr viel Geld eingebracht. Activision hat ein großes Interesse an Warbang? Activision hat ein großes Interesse an wirtschaftlichen Erfolg, was ja einem Unternehmen nicht vorzuwerfen ist, denn jedes Unternehmen muss auf die Zahlen schauen, nur wenn die Community, die Verbraucher, die Kernspieler so verarscht werden über Jahre, dann ist es fragwürdig und Activision hat sicherlich auch außerhalb der Gaming-Welt bezüglich Mitarbeitern und irgendwelchen Skandalen da auch einige Scheiße am Laufen, weshalb ich Activision und Call of Duty durchaus kritisch betrachte, aber eine Fortsetzung von Modern Warfare 2019, vielleicht spielen wir das Spiel auch einfach mal die Tage, vielleicht auch mal mit einem FOV, weil ich glaube, vieles hat kaputt gemacht für die Konsolenspieler, das 80er Field of View, absolutes Gammel-Movement, vollkommen reudig für mein Empfinden, vor allem, wir kamen ja von Black Ops 4, war sehr, sehr schnell beim Vergleich und dann sind wir da auf diesem 80er-FOV, klar, wir hatten BO4, auch 80er-FOV, aber ich glaube, wenn ich es jetzt hier auf dem PC spielen würde, würde Modern Warfare 2019, allein diese ganzen Namen ist jetzt schon schwindelig, würde das auf jeden Fall Spaß machen, eine Fortsetzung, weiß ich aber nicht, ob wir das wirklich brauchen, schreibt mir gerne mal eure Machen in die Kommentare, freut ihr euch schon drauf, seid schon richtig hyped, erst einen Trailer zu sehen, dann Alpha, Beta, Gamma, Delta, sieben Monate vorher hat man schon alle Waffen, alle Maps gesehen und dann geht es wieder rein, Battle passieren, neue Waffen da, Wars und Integration, einen Monat zu Season 1, eine neue Wars und Map, Modern Warfare 2, heißt, es gibt dann noch einen neuen Modus, das ist auch einer der Leaks von Tom Henderson, der eigentlich alles richtig geleakt hat über die letzten Jahre, der sagt, es soll ein TMZ-Modus, nee, DMZ-Modus, meine ich, kommen, der schon seit 2018 der Entwicklung ist, das ist das Einzige, wo ich sage, okay, Modern Warfare 2019, äh, Digger, das ist das Einzige, wo ich sage, okay, Modern Warfare 2, 2022, hat eventuell Potenzial, da ist wieder laut auf den Leaks mindestens ein 3-Jahres Entwicklungs, ähm, Entwicklungszyklus gehalten, was? 3 Jahre soll das Scheiß-Game anscheinend entwickelt worden sein, während irgendwie Wenger nur ein halbes Jahr, laut irgendwelchen Leaks, soll es jetzt 3 Jahre sein und irgendwie dieses Scheiß, dieser Scheiß-Modus, der so ein bisschen Escape-From-Tag-Off-Style sein soll, als Koop-Ersatz eventuell, der soll schon seit 4 Jahren entwickelt werden, ach, ich weiß es auch nicht, keine Ahnung, das ist auf jeden Fall alles, was uns bevorsteht in diesem Jahr in Sachen Call of Duty, schreibt mal in die Kommentare auf, was seid ihr am meisten gehypt, Wars und Caldera, dass es endlich keine unsichtbaren Skins mehr gibt, dass Call of Duty Vanguard endlich den Liga-Modus bekommt oder doch, Modern Warfare 2, 2022 mit Alpha, Betas, Gammas, Deltas. Ihr merkt an meiner, an meiner Erzählweise, so richtig heiß bin ich gerade noch nicht, das wird sicherlich auch kommen, aber jetzt gerade habe ich noch keinen Bock über das Neukoff-Duty zu reden, ich dachte aber, es interessiert euch sicherlich und ich habe mich nämlich auch interessiert, weil ich habe auch nur die Videotitel gesehen, die Thumbnail ist und da war auch alles viel aufgeblasener Scheiß und hier war jetzt auch sicherlich nicht so viel Information, weil man einfach nicht weiß, aber ich habe mir ein paar Sachen angeguckt und das ist das, was ich auf jeden Fall euch mit auf den Weg geben kann. Schreibt mir gerne eure Mann dazu in die Kommentare, ich bin raus, wünschen einen wunderschönen, prächtigen Resttag, haut rein, ciao, ciao, Bishow. Untertitelung. BR 2018